Michael Freudenberg aus Bischofswerder sorgte auf dem Sachsenring in dieser Klasse bis 250 Kubikzentimeter Einzylinder bei der Lizenz für Furore. Er fuhr bis zur letzten Runde mit großem Vorsprung vor dem Felde her und hatte dann Probleme mit der Zündung in der allerletzten Runde, so dass der Riesenvorsprung schmolz und schmolz und er sein Motorrad dort über die Ziellinie schieben musste beim Sachsenringrennen. Riesenbeifall Einheimste für diese Leistung und natürlich auch für seine großartige Fahrweise. Und im Training hat er hier die drittschnellste Zeit vorgelegt und das berechtigt zu der Hoffnung, dass dieser junge Mann aus Bischofswerder auch diesmal wieder den Zuschauern viel Freude bereiten wird. Diese Klasse heißt 250 Lizenz Einzylinder und das Rennen DDR Meisterschaftslauf. Trotzdem ist hier internationale Konkurrenz mit dabei aus der Ungarischen Volksrepublik, der GSSR und natürlich auch unsere kubanischen Freunde, die auf dem Sachsenring ein wahres Feuerwerk abzogen. Sie sind wieder mit dabei. Der Trainingsschnellste war mit der 66 Günther Hösel, fuhr 3,14,3. Das entspricht 141,388 Kilometer pro Stunde und das ist eine ganze Menge. Ich bin gespannt, ob dieses im Rennen dann wiederholt werden wird. Zweitschnellster war Joachim Holstein mit der Startnummer 51, der DDR-Meister des vergangenen Jahres. Auch er hat hier beim Training gezeigt, dass auf jeden Fall mit ihm zu rechnen ist. Und das ist der Trainingsschnellste Günther Hösel. Günther Hösel kommt aus Flöhr und fährt eine MZ. Diese Klasse, 250 Einzylinder, ist jene Klasse, wo die meisten Fahrer mit annähernd gleichem Maschinenmaterial fahren. Sie sind auf der Grundlage der MZ. Bei den Kubanern ist es dann die GZ aufgebaut. Die Gangschaltung muss dementsprechend, was in der Serie gefahren wird, also bei der ETZ ein Fünfganggetriebe. Und fast alle Fahrer haben das gleiche ANPS in diesen Maschinen drin, sodass hier fast ausschließlich das fahrerische Können entscheidet, wer am Ende die Nase vorn hat. Es nicht nur eine ausgesprochene Technikfrage ist. Und da auch die äußeren Bedingungen prächtig sind, Sonnenschein, leichter Wind, aber Temperaturen gerade mal so um die 20 Grad, ist guter, ja sehr guter Motorsport zu erwarten. Und ich hoffe, denen werden uns diese Fahrer hier dieses große, bunte Feld auch zeigen. Eine ganz wesentliche Phase des Rennens, der Start. Wer da erst einmal stehen bleibt, hat kaum noch eine Chance, sich bis in die Spitze vorzuarbeiten. Der Start ist im Motorsport die halbe Miete. So, und für diese beiden hier ist das Rennen schon fast zu Ende, bevor es überhaupt losgegangen ist. Wie gesagt, man hat jetzt kaum noch eine Chance, ins Vorderfeld vorzudringen. Diese ersten beiden Runden sind immer ein bisschen gefährlich, da sich das ganze große, bunte Pedelton ja erst einordnen muss. Ab Runde zwei und drei hat sich dann doch schon einiges sortiert. Mein Kollege Martin Walter hat ihm die Spreche ja schon vorgestellt. Ein sehr schnelles Teilstück, hier die Senke hinunter. Na ja, und so gute 45 muntere Pferdestärken haben diese Einzylinder 250er auch. Und da können Sie sich vorstellen, dass es hier ganz schön zügig hinunter geht. Aus dieser Klasse, die anfangs ein bisschen belächelt wurde, ist ein Knüller geworden. Weil insgesamt die Leistung beträchtlich angestiegen ist, aber weil es auch immer spannende Positionskämpfe gibt, da ja fast alle das gleiche Maschinenmaterial haben. Ich deutete das bereits an. Michael Freudenberg liegt erst einmal mit in der Spitzengruppe. Das ist erfreulich. Wenn ein junger Mann neu kommt, dann hat er immer die Sympathien der Zuschauer, das ist klar. Und Sie merken schon, liebe Motorsportfreunde, so ganz allmählich ordnet sich doch das Feld ein. Und es bildet sich eine kleine Spitzengruppe. Gleich zu Anfang, Sie sahen es vielleicht am Bildrand, gab es einen Sturz am Buchübel. Es ist dort aber nichts passiert. Die Sicherheitsbestimmung und Maßnahmen, gerade hier am Schleizer 3, sind ja sehr gut. Nach Runde 1 ist im 43 vor der 66, ist der Michael Freudenberg tatsächlich wie der Erster vor dem Trainingsschnellsten Günter Hösel. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn es so weiter geht, bei dem jungen Mann aus Bischofsrader, diesem fröhlichen, unbeschwerten jungen Mann, dass er hier zum Publikumsliebling am heutigen Sonnabend avancieren könnte. Die Schleizer Organisatoren haben in diesem Jahr wieder fleißig gearbeitet, schufen den Rennfahrern fast ideale Bedingungen. Organisation schlicht und einfach perfekt. Ich weiß, dass man mit solchen Worten vorsichtig sein sollte, aber hier in Schleiz gibt es ein riesengroßes, eingespieltes Kollektiv. Seit vielen, vielen Jahren opfert man fast jede Stunde seiner Freizeit dem Motorsport, dem Straßenrennsport. Und die Fahrer danken es mit sehr guten Leistungen. Michael Freudenberg setzt sich ein bisschen ab. Ich drücke dem jungen Mann, wie alle anderen natürlich auch, ganz kräftig die Daumen, dass er nicht durch irgendeinen kleinen, dummen, technischen Defekt hier um seine guten fahrerischen Leistungen gebracht wird. So sah es auf dem Sachsenring auch schon aus. Schwierig zu fahren. Ah, hier wird auch bei beiden korrigiert. Uwe Marx aus Hohenstein-Ernsttal muss das Rennen schon aufgeben. Ja, und die beiden machen da mächtig Dampf auf. Joachim Rentsch ist dabei mit der 42. Sind wieder ein Stückchen an Michael Freudenberg herangekommen. Ja, da hat er sich leider ein bisschen versteuert, fuhr auch die andere Maschine auf. Kleiner Rutscher, nichts passiert. Schnell die Maschine von der Bahn, damit die nachfolgenden nicht behindert werden. Hier konnten sie das ganz deutlich sehen, das war eindeutig ein Fahrfehler. Er wusste nicht links oder rechts, wo ging es an. Und als er dann überlegt hat, war es ein bisschen zu spät. Michael Freudenberg nun mit großem Abstand als erster hier am Start und Ziel vorbei. Dann die 66, Günter Hösel, der Mann aus Fleur. Dann die beiden Kubaner, Jose Moreno und Eduardo Cenzano. Und wenn Sie unsere Übertragung vom Sachsenring miterlebt haben, dann wissen Sie noch, dass diese beiden kubanischen Fahrer ja dort dem Rennen eindeutig ihren Stempel aufgedrückt haben. Ganz hervorragend fuhren, alle Experten eigentlich darauf schwörten, dass sie mit den luftgekürten GZ-Motoren gar nicht so weit landen könnten bei der Riesenhitze auf dem Sachsenring. Aber sie hatten das richtige Gefühl am Gasdrehgriff und haben den wassergekürten MZ-Maschinen doch den Auspuff gezeigt. Michael Freudenberg und Günter Hösel. Unsere grafische Darstellung zeigt Ihnen, wo sich die Fahrer derzeit befinden. Sie können selber sehen, diese bunten Flecken rund um die Strecke, eine ganze Zeltstadt. Wir haben noch keine offiziellen Zuschauerzahlen, aber ich glaube, es wird einen neuen Zuschauerrekord in diesem Jahr geben. Drei neue Zeltplätze sind eröffnet worden, sie sind prallvoll. Und Schleiz erweist sich 1985 auch wieder als Ehrmagnet im Straßenrennsport unseres Landes. Diesmal hat er diese Kurve besser genommen, hat sich jetzt richtig eingefahren. Also, ich muss wirklich sagen, Hut ab vor der Leistung dieses jungen Mannes, der sehr sauber fährt und dessen Motorrad auch ganz ausgezeichnet geht. Seine MZ fährt prima. Wie er das gemacht hat, was er so schnell ist, schon in diesen ersten Runden. Alle Achtung. Zum Motorsport gehört ja immer auch die Beherrschung der Technik dazu. Und hier scheint bei diesem jungen Michael Freudenberg beides in guter Synthese zu sein. Die 99, Jose Moreno, nun an dritter Position, vierter Eduardo Cenzano. Die Nenner von der Freiheitsinsel mit viel Temperament ausgestattet, aber auch mit großem fahrerischen Kenntnis. Das bewiesen sie auf dem Sachsenring und zeigen sie auch jetzt. Hallo, was ist hier los? Als Erste kommt die 66, dann die 99 und die 96, Günter Hösel, also vor den beiden Kubanern. Wo ist Michael Freudenberg? Jetzt kommt schon mit der 65, Gerd Brandenburger. Michael Freudenberg ist nicht mehr dabei. Schade für den jungen Mann, schade, schade. Ach, das ist wirklich schade, er schiebt sein Motorrad, offensichtlich wieder ein technischer Defekt. So ist das, er hat sicherlich vom Sachsenring bis jetzt gebaut, gebaut, fleißig mit seinen Helfern. Tja, und dann macht das Motorrad schon in der dritten Runde nicht mehr mit. Schade, aber das ist eben Motorrad. Auf Platz 4 mittlerweile mit der 56, Klugweinitz, Knutweinitzke aus Oersnitz. Dahinter dann Andreas Weisker aus Karl-Marx-Stadt. Auf den folgenden Plätzen Horst Schmitz aus Sonneberg. Untertitelung des ZDF, 2020